Es gibt nur einen Ausweg aus dieser Eskalation. Erstens nicht weiter an der Eskalationsschraube zu drehen, das heißt nicht auf Gewalt zu setzen, indem man weiter ständig Waffen liefert, immer leistungsfähigere, immer vernichtendere Waffensysteme liefert und so das Risiko, das die eine oder die andere Seite tatsächlich zum allerletzten, zum äußersten Greif erhöht, sondern dass man versucht, einen Ausweg aus diesem Krieg zu finden. Das kann nur ein Ausweg sein, der durch die Politik, durch Diplomatie gefunden wird. Waffenlieferungen schützen ja nicht die ukrainische Bevölkerung. Waffenlieferungen töten russische Soldaten, töten ukrainische Soldaten und töten die ukrainische Zivilbevölkerung. Nur ein Waffenstillstand, nur ein Ende der Kampfhandlungen schützt ja die Zivilbevölkerung in der Ukraine, nicht Waffenlieferungen.